Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zum Mega-Aquarium. Da haben wir es nochmal, ein letztes Mal jetzt, unser wunderschönes erstes Aquarium in Sunnyside. Und ich würde sagen, wir haben ja alles erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben einige Ansehenspunkte, die gerade wieder runtergehen. Deswegen gehen wir einfach mal direkt hier weiter. Sie haben gewonnen und wir können jetzt wählen. Ich bin jetzt bereit, mich dem Job in Northwood zu widmen. Wenn ich heute sprechen, machen Sie sich einen Namen, indem Sie ein altes Aquarium wieder auf Vordermann bringen. Das machen wir doch. Ich lasse es mal noch auf Normal. Ich finde es übrigens sehr, sehr schön, dass man hier zwischendurch wechseln kann. Also, dass man nicht sagen muss, okay, ich bin für alle Ewigkeiten auf Normal, falls es mir doch irgendwie zu schwer werden sollte. Wir gehen natürlich nach Northwoods. Willkommen in Northwoods. Sie wurden damit beauftragt, einem alten Aquarium zu neuer Größe zu verhelfen. Das Aquarium enthält bereits einige Becken, Dekorationen und sogar einige Fische. Das Aquarium besitzt zwar eine einträgliche Einnahmequelle für Ökologieblattpunkte. Diese dienen aber nur dem Freischalten neuer Tiere. Um andere Dinge freizuschalten, benötigen Sie Wissenschaftspunkte. Wissenschaftspunkte dienen dem Freischalten neuer Ausrüstung, neuer Becken und neuer Einrichtungen für Ihre Gäste. Beide Typen von Punkten sind für ein erfolgreich geführtes Aquarium unerlässlich. Stellen Sie sicher, dass Ihnen immer ein ausreichender Nachschub an Punkten zur Verfügung steht. Und hier muss ich jetzt sagen, letztes Mal ist mir eine Idee gekommen, warum wir, oder wie wir vielleicht sogar noch hätten schneller Punkte verdienen können. Es haben nämlich nicht alle Gäste alle Becken gesehen. Und ich glaube, unsere Fische hier, die geben ja unterschiedliche Punkte. Unterschiedliche Rufpunkte. Und ich glaube, wenn ich das dann noch anders angeordnet hätte, dass die Fische, die mehr Rufpunkte geben, weiter vorne gewesen wären, dann hätte es vermutlich sehr viel besser funktioniert, schnell mehr von den Rufpunkten zu erlangen. Und da habe ich nicht darauf geachtet. Das werde ich dieses Mal einfach mal probieren. Und ich sehe hier schon, die Zebra-Muräne, die ist auch schon deutlich teurer als unsere kleine König... Ein Königsfeenbarsch. Moment, das muss ich erstmal lesen. Die Schönheit dieses Fisches ist trügerisch. Hinter ihr versteckt sich ein erstaunlich zäher Geselle. In der Wildnis beanspruchen Königsfeenbarsche vertikale Riffwandterritorien. Die Zebra-Muräne, die ist glaube ich auch nicht nett. Zebra-Muränen werden nicht versuchen, ihre Beckenkollegen auf deren Geschmack hin zu mustern. Das gleiche lässt sich leider nicht für dekorative etwaige Krustentiere sagen. Ich glaube, die fressen Krustentiere. Was haben wir denn hier? Warnung, frisst oder verletzt. Ja, Krebstiere mit der Größe 1 oder weniger. Sie brauchen auch was zum Verstecken. Das ist, glaube ich, bei Moränen ziemlich normal. Die brauchen eine sehr hohe Wasserqualität, verglichen mit unseren Fischen, die wir bisher hatten. Also, das heißt, sehr hoch ist halt deutlich höher. Da brauchen wir, glaube ich, zwei gute Pumpen und zwei gute Filteranlagen. Wir werden erstmal gucken. Kombinieren Sie... Kombinierte Wissenschaftspunkte über alle Tiere hinweg brauchen wir 40 Stück. Erreichen Sie eine Werkzeug... Errichten Sie eine Werkzeugstation zum Rotieren Mausröppeln. Werben Sie mindestens ein Personalmitglied an oder öffnen Sie ein Aquarium. Das machen wir jetzt doch erstmal. Schauen wir doch mal, was wir hier schon so haben. Da sind... Das ist eine Personaltür, wenn ich das richtig weiß. Das heißt, hier können unsere... Die Besucher können also jetzt erstmal nur das hier sehen. Das heißt, ich kann hier hinten zum Beispiel ganz, ganz problemlos meine... Ja, Gerätschaften, Heizung und... Hupsala... Heizung und Wasserfilter aufstellen. Und das stört überhaupt keinen, denn die Gäste sehen immer nur dieses Fensterchen hier. Das ist natürlich einerseits praktisch... Oh, da sind unsere Fische und die haben zu wenig Wasserqualität wegen dem Filter hier. Das ist natürlich einerseits praktisch, weil wir einfach diese Sachen hier gut verstecken können. Andererseits haben wir natürlich auch nicht so viel Platz. Und ich müsste das, glaube ich, einfach... Ja, mit bedenken, wenn ich hier andere Sachen baue und wenn ich erweitern möchte. Was ich auf jeden Fall früher oder später tun muss. Okay. Wir sollen erstmal Wissenschaftspunkte sammeln. Wie sammle ich die denn? Bekomme ich die, wenn ich Sachen aufstelle? Nicht so wirklich. Das kann ich hier Personaltüren, Bänke... Bänke würde ich hier eigentlich gleich noch aufstellen wollen. Kraftvolle Heizung, einfache Heizung, kraftvoller Filter. Das ist doch ganz gut. Ich glaube, wir haben hier überall eine Mini-N-Mini-Kombi stehen. Aber ich brauche vermutlich öfter noch sowas. Ich könnte auch gleich noch ein Becken. Hier, kraftvolle Heizung. Die kraftvolle Heizung sorgt in mittleren Becken für tropische Wassertemperaturen. Okay. Ich sehe hier auf jeden Fall, wir haben... Geh mal zu. Ich schaue mal gerade, was wir schon für Fische haben. Hoppala. Ich verklick mich gerne noch. Wir haben hier... Nein, 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 nicht den Eingang. Den wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ich wollte das hier haben. Wir haben hier... Ich wollte nicht aufheben. Ich wollte eigentlich... Nein, nein, nein. Ich bleibe schon da drin in dem Becken. Hier, der Riffbarsch. Den wollte ich haben. Eins. Da ist übrigens drin, bleibt ein kleiner Riffbarsch. Das wollte ich gar nicht. Und hier haben wir diese... Die hatten wir auch schon mal. Genau. Die... Gelber Segelflossen. Doktor. Hatten wir die schon? Ich glaube, ja. Sieht man ja gerade den Unterschied. Sie geben einen Punkt. Hier. Und die schon drei. Okay, wir machen das erstmal alles wieder zu. Und dann versuchen wir uns hier mal ganz kurz zu orientieren. Ich brauche hier auf jeden Fall noch einen Wasserfilter. Und ich würde sagen, wir bauen einfach hier direkt einen kraftvollen Wasserfilter. Oh, das ist jetzt... Äh, das ist schlecht. Hm, Moment. Ich verschiebe den eben gerade mal nochmal. Und zwar hier hin. Jetzt müsste es denen gut gehen. Was haben wir hier hinten für Fischchen drin? Ah, Moment. Ich mache mal den Fehler, dass ich die rausnehme. Aldebra... Aldebra-Zweck. Den haben wir auch schon. Zwei. Wo tun wir denn am besten unsere... Die Moränen könnten wir eigentlich hier rein tun. Das wäre, glaube ich, ein ganz gutes Becken für die. Ich bin manchmal etwas unkoordiniert bei Management-Sachen. Deswegen, ja. Na, so. Und ich muss mich noch daran gewöhnen, dass wir hier ein bisschen... Ich packe... Wir haben ja noch... Wir sind noch auf Pause. Also packe ich erstmal die Zebra-Moränen rein. Okay, sie haben soeben ihre erste Zebra-Moräne platziert. Die Zebra-Moräne ist zwar am Anfang noch sehr klein, wird dann im Laufe der Zeit ziemlich groß. Große, ausgewachsene Tiere sind zwar mehr Punkte wert, sie müssen aber auch ihre Pflegeanforderungen erfüllen und sicherstellen, dass ihnen das Becken genug Platz zum Wachsen bietet. Okay. Bewegen sie den Maustage über das Wachstumszeitsymbol, um herauszufinden, wie viele Tage das Wachsen dauert und welche Größe sie am Ende erwartet. Wachstum... Ist das? Neun. Die brauchen im Endeffekt neun. Das heißt, ich würde hier nur noch eine zweite einsetzen. Und dann gar nicht mehr so viele. Ein Tier in diesem Becken muss mit folgenden... Auf jeden Fall Muscheln nehmen. Okay. Ich würde es hier noch einmal einsetzen. So. Und jetzt würde ich ganz gerne... Was haben wir denn hier? Deko. Sie brauchen auf jeden Fall was zum Verstecken. So. Zum Verstecken. Außerdem wären doch Muscheln gar nicht so schlecht. Ich konnte doch hier... Kann ich nicht. Ich habe keine... Da brauche ich... Muscheln. Die setzen wir dann hier hin. Wir sollen auch unbedingt noch... Mal gucken, ob wir hier unten... Da haben wir alle nötigen Pellets. Orange und grüne. Muscheln. Hier müssen die Orangen rüber. Ich würde dann doch mal... Ganz kurz das hier umziehen, ne? Das hier umziehen. Und zwar hier rüber. Weil wir dann nochmal vielleicht Fische haben, die Orangen brauchen. Und hier brauchen wir nur die Muscheln. Dann installieren wir gleich mal unsere Werkzeugstation. Und hier. Hier. Ich weiß gar nicht. Kommen die da hin? In die Ecke? Ich bin mir nicht so sicher. Hier bin ich mir sehr sicher, dass wir uns hier platzieren, dass sie dann da hinkommen. Das ist doch gut so. Okay. Die Fässer. Ich weiß gar nicht. Jetzt stellen wir auf jeden Fall schon mal Bänke auf. Und hier vielleicht. Dann können sich hier die Besucher hinsetzen und gucken. Das ist auch sehr schön. Das ist sehr frei. Wir können ja die Bänke später noch ein bisschen anders platzieren. So. Wir tun zum Beispiel die ja am besten, wenn wir nicht umziehen und packen die da hin. So. Ein Personalmitglied. Das machen wir auch mal direkt. Was haben wir denn zur Auswahl? Claire. Romeo. Ida. Und Ulrike. Okay. Die sind doch schon... Ich schau mal, was die alles können. Claire ist ein wahres Multitalent, das bereits in einigen Aquarien Erfahrungen sammeln konnte. Das klingt doch eigentlich schon mal ganz gut. Gut. Vier Fitness. Ja. Füttern und reparieren jeweils zwei. Romeo steckt voller Tatendrang und ist sich nicht so schade, sich seine Hände schmutzig zu machen. Das ist immer ganz gut. Brauchen Leute, die anpacken können. Nachdem Ida drei Jahre lang die Stelle von Zootieren ausgemistet hat, hat sie sich schließlich für etwas anderes entschieden. Das ist auch okay. Und Ulrike kennt sich als erfahrene Motorradfahrerin bestens mit Maschinen aus. Das heißt, sie füttert... Ah, da sehen wir den ersten richtigen Unterschied. Die haben alle... Sie hat... Moment, erstmal Claire. Füttern und reparieren. Reparieren und reinigen. Füttern und reinigen, nur reparieren. Das heißt, ich würde erstmal... Ich würde erstmal Claire einstellen für Füttern und Reparieren. Und dann würde ich aber vermutlich noch Romeo einstellen fürs Reinigen. Wir haben keinen, der mehr mit Reinigen hat. Aber ja, wir stellen jetzt erstmal Claire ein. Die ist ganz erfahrene. Das ist ganz gut. So, dann haben wir hier die kleinen Moränchen. Jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir noch kein Becken mit unseren... Mit unseren Königsfeenbarschen. Das heißt, ich packe die mal hier rein. So, Königsfeenbarsche. Die brauchen aber noch ein bisschen besseres Wasser. Das heißt, ich würde da noch ein... Die Frage ist, wo wir den hinpacken, den Filter. Wie mache ich das denn jetzt? Egal, wo ich den hinsetze, er ist im Weg. Wenn ich den hier hinsetze, kommt da noch jemand vor... Wir müssen mal darauf achten, ob da noch jemand vorbeikommt. Also, ob die hier dran vorbeilaufen können. Wir können eigentlich auch mal hier so gucken. Das... Upsala. Das kennen wir ja noch. Wir können ja mal gucken, was unsere Gäste so sehen, wenn sie hier reinkommen. Hallo Claire. Ist schön, dich zu sehen. Wir sehen hier unsere süßen Moränen, die Platz zum Verstecken haben. Das ist gut. Hier unsere Barsche. Ich fände es doch schön, wenn man hier vorne Schilder anbringen könnte, was man hier so sehen wird. Und das ist meine persönliche Lieblingsecke, muss ich sagen. Hier kann man sehr schön gucken. Das ist super. Hier ist noch ein bisschen leer, da werden wir aber bald ein Becken hinstellen. Bis dahin stehen da die Fässchen noch ein bisschen rum. Ist okay. Was muss ich noch machen? Punkte verdienen natürlich. Ach nee, wir haben ja schon genug Punkte. Wir müssen nur noch eröffnen. Haha, Moment. Hier stimmt aber die Wasserqualität noch nicht. Das hätte ich beinahe übersehen. Moment, die war... Nein, das war die Stein... Geröll. Seegras. Ich möchte mich noch ein bisschen... Ah, das geht nicht. Ich möchte die noch ein bisschen so dekorieren. Vielleicht sollten wir davon aber nicht zu viel nehmen, dass unsere Gäste immer noch was sehen können. Hier würde ich noch ein bisschen Seegras hinpacken. Was haben wir noch für Dekorationen? Geröll. Ach du je, das ist aber viel. Das ist groß. Okay, Geröll ist nur hier drin. Das ist okay. Was haben wir noch? Die Ulva. Und kleine Steine. Dann würde ich hier noch ein bisschen Steine reinpacken. Und für unsere Moränen auch. Und vielleicht für unsere... Ja, wobei, die brauchen wir es nicht. Das ist schon eingerichtet. Dann schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Habe ich noch was Interessantes? Nein, habe ich nicht. Okay. Ich könnte hier hinten gleich ein... Ich kann noch kein Becken bauen. Alles klar. Okay, dann schauen wir jetzt noch mal. Hier brauchen wir noch einen Wasserfilter. Der bei hier. Hier meine ich natürlich. Der... Wollen wir da einen kraftvollen Filter? Ja, komm, bauen wir hier einen kraftvollen Filter hin. Dann machen wir den da hin. Jetzt geht es denen gut. All unseren Fischen geht es gut. Und wir... Öffnen unser schönes Aquarium erstmal. Hier. Gute Arbeit. Das Aquarium ist jetzt neu befüllt und hat seine Tore erneut für Zuschauer geöffnet. Wie Ihnen zweifellos bereits aufgefallen ist, sind alle Becken hier in Northwoods in die Wand eingearbeitet. Man nennt sie daher auch schlicht und einfach Wandbecken. Ein nicht sehr einfallsreicher Name. Ich weiß. Wandbecken werden auf einer Seite von Gästen betrachtet und auf der anderen von Personal gewartet. Auf diese Weise können sie ihre Ausrüstung hinter verschlossenen Türen verstecken und da wir gerade von Türen sprechen, die Personaltür lässt nur Personal passieren, während Gäste nicht weiterkommen. Praktisch, oder? All dies ist deshalb wichtig, weil Gäste ab Rang 3 von ihnen erwarten, dass sie ihre Ausrüstung angemessen verbergen. Sonst beschweren sie sich. Ihr nächstes Ziel besteht darin, ihr eigenes Wandbecken zu errichten und zwar so, dass es den Zielvorgaben entspricht. Alles klar? Oh, perfekt. Wir können jetzt überlegen, was wir erforschen. Wollen wir den Korallenzackenbarsch erforschen oder den Flammenzwerg? Kaiserfisch. Lesen wir erstmal, was die machen. Ist es gerade pausiert? Ja, es pausiert. Ein schnell wachsender Fisch, den man nicht mit anderen Fischen in einem kleinen Becken kombinieren sollte. Kofferfische wollen ganz genau wissen, wie andere Fische schmecken. Wieso Kofferfische? Das ist doch ein Korallenzackenbarsch, dachte ich jetzt. Okay, sie wollen auf jeden Fall abneigen gegen Artgenossen, kann nicht zusammen mit anderen Exemplaren der Spezies Korallens... Ah, okay. Das heißt, er muss allein in einem Becken sein, aber nicht zwingend komplett allein. Ein Flammenzwergkaiserfisch. Der Zwergkaiserfisch teilt sich sein Becken mit beinahe jedem Fisch, vorausgesetzt, er sieht nicht so aus wie er selbst. Okay, das heißt, ihn dürfen wir auch nicht mit ihm selbst haben. Wir könnten aber die beiden hier kombinieren. Der braucht was zum Verstecken und Muscheln und eher Pellets. Wir könnten die versuchen, in ein schönes, großes Becken hier reinzusetzen. Gierig frisst für seine Größe 33% mehr Nahrung und er geräucht 33% mehr Abfallprodukte. Das ist jetzt nicht so gut. Ein kleiner Schmutzfink, den wir haben. Ich würde mal sagen, wir erforschen ihn hier zuerst und dann machen wir nochmal ganz kurz die Pause hier. Ich würde nämlich gern hier die Fässchen umziehen. Machen wir das so ein bisschen... Ah, vielleicht nicht hier, machen wir es da hin noch. Und dann bauen wir mal das erste schöne Wandbecken. Ein Eckbecken oder ein Beobachtungsbecken? Was meint ihr? Okay. Errichten Sie ein Becken mit Größe 3x3, ein beliebiges Tier, ausreichende Wasserqualität, Hitze und Gäste haben keinen Zutritt. Das sollten wir hinbekommen. Wollen wir ein... Ja gut, aber das Beobachtungsbecken, das ist, glaube ich, erst mal unpraktisch. Ich würde mal ein Eckbecken, glaube ich, errichten. Moment, ich muss mal hier ganz kurz nochmal gucken, kann ich denn auch so Wände ziehen? Das ist gerade noch mein Problem. Wie ziehe ich eine Wand? Gäste haben keinen Zutritt. Gäste haben keinen Zutritt. Ein Wandbecken. Moment. Da bin ich gerade jetzt noch am überlegen, wie ich das mache. Denn ich sehe, hier vorne ist ja zum Beispiel so die Wand. Aber wie ziehe ich die Wand dazu? 3x3, das wäre... Das wäre zum Beispiel so eins. Oder aber... Ich würde immer noch ganz gerne eigentlich so ein Eckbecken hier machen. Das geht jetzt aber nicht wegen unserer... wegen unserer... Bank. Jetzt machen wir es mal so. Das Eckbecken hätte ich ganz gerne. Hier wäre mehr Platz drin. Hier hätten wir mehr... Okay, dann machen wir so ein Becken. So ein Beobachtungsbecken. So. Wie bekomme ich da jetzt Wände hin? Wände. Okay. So kriegen wir das hin. Das Beobachtungsbecken machen wir hier dann zu. Und wir packen es hier rüber. Und wir packen es hier rüber. So, da brauchen wir eine Personaltür da drin. Ich werde bestimmt irgendwann anfangen, die Sachen weiterlaufen zu lassen. Die Personaltür würde ich einfach hier hinten einbauen, wenn es geht. Wie unzulässiger Platzierungsort. Moment, warum? Moment, dann... Ich will mal kurz schauen, ob wir die Wand hier wieder wegmachen können. Kann ich jetzt hier meine Personaltür einbauen? Geht das jetzt? Ja, jetzt geht es. Dann haben wir nämlich hier hinten... Und ich würde die Wand hier... Wobei, das müsste eigentlich trotzdem gehen. Das müsste trotzdem funktionieren. Dann machen wir jetzt hier mal unsere anderen Sachen. Ich brauche eine Werkzeugstation hier hinten. Und ich müsste hier eventuell... Ich hoffe, das geht. Ansonsten schauen wir mal, dass wir das alles ein bisschen verschieben. Moment mal, das können wir doch bestimmt machen. Das verschieben wir dann eins weiter hier nach vorne. So, hier hinten ist echt so eine Aquariumsecke, muss man schon sagen. Dann machen wir das hier so. Ja, das müsste jetzt eher gehen. Jetzt verschieben wir die Wand hier nach... Na, kriegt bitte Wand. Okay, es verschiebt sich. Ich muss die Wandelemente einzeln verschieben. Das ist super. Jetzt müssen wir die bisschen... Da können wir sie hin verschieben. Oder aber wir machen das einfach so und stellen die hier in die... Oder noch besser, wir stellen die hier so dran. Das geht. Dann verschieben wir hier das dahin. Und jetzt müssten wir hier nämlich ganz bequem für unsere Fische nachher ein beliebiges Tier. Die Größe müssten wir haben. Beliebiges Tier, Wasserqualität. Ich baue hier schon mal die nötigen Sachen. Eine kraftvolle Heizung. Geht das? Irgendwie tropische Wassertemperaturen. Dann machen wir die mal hier hin. Und außerdem hätte ich gleich einen kraftvollen Filter gerne. Den machen wir da hin. Wenn wir hier jetzt die Fische einsetzen wollen, dann brauchte ich... Was hatten wir hier? Moment. Wir brauchten Muscheln und grüne Pellets. Dann machen wir da gleich mal alle Futteranlagen hin. Wir brauchen auch was zum Verstecken. Das ist hier, glaube ich, ganz praktisch, wenn wir das da hin machen. Und eins vielleicht hier hinten. Außerdem vielleicht... Ein bisschen Seegras. Dann machen wir hier ein schönes, abwechslungsreiches Becken. Hier hinten ein bisschen... Ah, das Geroll passt hier nicht rein. Okay. Das macht aber nichts. Dann machen wir ein paar kleine Felsen. Mal hier hin und da hin. Und wir haben noch... Hoppala. Wir haben hier noch die Ulva. Das machen wir hier, hier und da hin. Jetzt haben wir hier ein schönes, abwechslungsreiches Becken, würde ich sagen. Da brauchen wir nichts mehr. Und hier brauchten wir jetzt einmal Muscheln zum Füttern. Und einmal grüne Pellets waren es, glaube ich, zum Füttern. So, das müsste jetzt alles sein. Es ist ein bisschen, ich gebe es zu, ein bisschen doof. Ich mache mal hier eine der... Eins der Dinger weg. Da ist übrigens schon ein kleiner Gast. Es dauert ein Weilchen, bis wir hier Fische einsetzen können. Das müssen wir natürlich erst zu Ende erforschen. Aber damit haben wir das. Okay, nächstes Wissenschaftsprojekt wählen. Kraftvolle Kombi oder eine einfache Pumpe? Was macht denn die Pumpe? Die einfache Pumpe erlaubt es ihnen, ihre Ausrüstung praktischerweise weit entfernt von einem Becken zu platzieren und außerhalb der Reichweite ihrer Gäste zu lagern. Das wäre, glaube ich... Das ist beides, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich werde erst mal das Kombi-Ding nehmen und lernen. Das ist okay. Und ich würde jetzt noch mal Personal einstellen. Und zwar den Romeo. Den würde ich gerne noch anwerben. So. Ach, ist das nicht schön. Und wenn wir unsere Fische haben, dann besuchen wir unser Aquarium auch noch mal. Und natürlich mache ich jetzt die Folgen nicht mehr so lang. Die werden jetzt einfach so eine halbe Stunde gehen. Vielleicht ein bisschen kürzer. 3 mal 3. Aber ich habe doch 3 mal 3. Warte mal, habe ich das nicht? Doch, das ist 3 mal 3 eigentlich. Ach so, ein beliebiges Tier. Klar, das muss jetzt erst mal... Gäste haben keinen Zutritt. Moment. Moment, haben wir da... Ich glaube, ich muss hier noch eine Wand ziehen. Kann das sein? Ja. So. Jetzt ist es erst abgeschlossen, tatsächlich. Wir müssen also noch auf unsere Fischchen warten. Ich hoffe, ihr habt das richtig gemacht. Weil Größe 3 mal 3 nicht gezählt hat. Oder ist das nur 2 mal 2? Können wir mal gerade schauen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja gut, das ist 3 mal 4. Hätte ich das jetzt kleiner machen müssen, zählt das deswegen nicht? Müssen wir mal gucken. Wenn es zu groß ist, machen wir es eins kleiner. Aber ich würde erst mal gerne wissen, ob es zählt, wenn wir da Fischchen reinsetzen. Es wird schwierig, wenn wir hier größer werden und expandieren. Das wird, glaube ich, nicht ganz einfach. Nach und nach steigt es ein bisschen. Wir haben überall Fische drin, oder? Ja, wir haben überall Fische drin. Hier hinten ist absolut viel verschenkter Platz. Und da natürlich auch. Ich ziehe hier schon mal ein bisschen um. Ich habe 2. Ich ziehe hier schon mal ein bisschen um. So, dass wir hier einfach sagen. So, dann können wir eigentlich die Wände hier nämlich platt machen. Und dann passt hier noch ein schönes Becken rein, würde ich sagen. Vielleicht können wir einfach gleich ein Becken machen. Was meint ihr? Hier so ein Wandbecken. Ach, das ist jetzt nur 2 mal 2. Das ist, ähm... Oder ist das, warte mal, ist das 3? Ja, das würde gehen an der Stelle. Wieso geht das nicht? Ach, das Personal hat keinen Zutritt. Okay, Moment, Moment, Moment. Wieso geht das hier nicht? Nein, das wollte ich gar nicht. Moment, weg wieder. Ich pausiere mal ganz kurz und mache hier schnell die Wand weg. Und diese hier. Und dann probiere ich mal, ob ich hier nicht doch so ein Wandbecken einsetzen kann, bitte. Ah, jetzt geht es. Perfekt. Jetzt geht es. Dann kann ich hier auch die Wand nochmal weg machen. Jetzt geht es. Ich musste tatsächlich die passende Größe machen. Okay. Wir machen da auch gleich Fische rein. Das wird dann schon werden. Äh, nein, 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 abbrechen. Nicht verkaufen. Ich wollte die hier umziehen in diese Ecke. Und stattdessen hier den Filter. Ah, den muss ich hier lassen. Da können wir aber das nachher austauschen gegen den Kombinator. Das müsste eigentlich gehen. Wie hier ist kein, nichts zum Reparieren. Kann es sein, da komme ich nicht ran zum Reparieren, richtig? Das ist hier im Weg. Und ich schaue mal, dass Romeo sich, nee, nicht Romeo, verwalten, dass sich hier Romeo um das Reparieren bitte primär kümmern soll. Ähm, Moment. So. Romeo soll sich um das Reparieren kümmern, denn ich glaube, da müssen wir ein paar Dinge reparieren. Und unsere Liebe... Na, wo ist sie denn? Unsere Liebe Claire soll sich bitte primär mal ums Füttern kümmern. Das wäre ganz, ganz super. So. Beliebiges Tier. Ich warte immer noch drauf. Wir könnten hier erstmal alles Mögliche einsetzen. Da müsste jetzt erstmal noch gar nicht das rein, was später drin sein soll. Ich brauche auf jeden Fall Futter. Ich weiß gar nicht, ob ich nochmal jemanden einsetzen und einstellen sollte. Ich mache hier erstmal... Hier kleine Felsen. Dann... Ein bisschen Seegras. Ich mag Seegras irgendwie. Dann hier noch ein bisschen Röver rein. Jetzt am besten nichts, was ich irgendwie verstecken sollte. Ich pausiere mal eben schnell. Und dann gucken wir mal bei den... Ah. Ah, guck mal an. Da haben wir jetzt mehr. Jetzt haben wir die Fische, die wir vorher auch hatten. Dann würde ich doch sagen, packen wir da am besten die... Also entweder ihn, Abneigung gegen Licht, oder wir machen einfach die Königsdemosellen rein. Ich würde mal sagen, wir setzen die hier ein. So. Den ist es aber nicht warm genug. Die brauchen auf jeden Fall noch Sachen. Und jetzt muss ich gucken, wie ich das am besten mache. Die brauchen ja... Haben ja einiges an Anforderungen. Eine kraftvolle He... Warte mal, reicht die Heizung hier nicht? Die Heizung reicht. Aber ich muss hier auf jeden Fall noch einen Wasserfilter... Haben wir nicht solche Kombinierteile? Mini-Kombi. Moment mal ganz kurz. Ich will mal was probieren. Wenn ich das hier... Äh, abbrechen. Nein, nein, nein. Ich möchte eigentlich nur... Dich verkaufen. So, und jetzt will ich mal gucken, was passiert, wenn wir hier den Kombinator hinsetzen. Und zwar da. Und da reicht es dann für... Okay, gut gemacht. Die nächste Phase der Aquariumserweiterung liegt jetzt bei Ihnen. Da Sie für eine Erweiterung über die notwendigen finanziellen Mittel verfügen müssen, sollten Sie gut auf Ihren Cashflow achten. Diesen können Sie einsehen, indem Sie auf Ihre aktuellen finanziellen Mittel klicken. Sobald Ihr Aquarium eine moderate Größe erreicht hat, melde ich mich wieder bei Ihnen. Viel Glück. Das machen wir. Ich muss jetzt hier nur erstmal gucken. Wir brauchen hier auf jeden Fall jetzt noch die orangenen Pellets. Das wäre ganz wichtig, dass wir die noch haben. Aber das klappt. Dadurch, dass wir jetzt einen Kombinator, diese kombinierten kleinen Dinger haben, stimmt die Wasserqualität in beiden. Und wir müssen auf jeden Fall einen guten Ruf jetzt bekommen. Das wird einfacher, sobald wir hier die Fische haben. Das wird einfacher werden. Würde ich mal sagen. Go, go. Unser Cashflow muss ja... Oh, warte, Moment, 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 Moment. Hier hinten stimmt es absolut nicht mehr. Das stimmt sowas von überhaupt nicht mehr. Warum stimmt das nicht mehr? Warum stimmt das nicht mehr? Unseren Fischen geht es nicht gut. Moment. Mini-Kombinator. Da machen wir hier hinten einen hin. Der stimmt jetzt wieder. Und warum ist der kaputt? Ich muss mal ganz kurz was probieren. Der war kaputt, glaube ich, richtig. Und wenn ich jetzt einen neuen einsetze, dann geht es erstmal wieder. Ja. Und hier der zweite Futterspende, den machen wir jetzt einfach mal... Nicht ausreichend Platz. Okay. Moment. Wir setzen den mal ganz kurz hier hin. Jetzt würde ich das Ding schnell da hinsetzen. Jetzt kommen wir da nicht mehr ran. Wir brauchen hier hinten aber eigentlich nur einen Futterspender, glaube ich. So. Jetzt haben wir da drüben einmal Futter. Hier haben wir einmal Futter und Reparaturzeug. Hier haben wir sehr viel Futter und hier haben wir auch... Ich würde hier unten, ehrlich gesagt, gerne nochmal eine Werkzeugstation, eine zweite hinstellen. Für den Fall, dass wir hier mehr Werkzeuge brauchen. Die bieten sich an der Stelle, glaube ich, an. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass unsere Fische ausreichend gefüttert werden. Hier zum Beispiel muss das repariert werden und wir kommen, glaube ich, nicht ran. Das ist das Problem an der Stelle. Wir kommen hier nicht hin. Mindestens einen Mitarbeiter, den jetzt auch nicht in Angriff nehmen, ist der Weg frei. Okay, das ist ein Problem. Ein echtes kleines Problem. Wie machen wir das am besten jetzt? Also hier käme man noch hin. Ich bräuchte diesen Kraft, diese kraftvollen Dinger hier. Ich bräuchte diese kraftvollen Sachen. Aber dem Ding geht es gut. Dadurch, dass wir das hier aufgestellt haben, geht es dem ganz gut. Und ich sehe jetzt, glaube ich, nichts mehr, was kaputt ist und nicht repariert werden kann. Wir machen hier mal weiter. Ich mache diesmal noch ein bisschen länger, weil ich gerade am Anfang so unfähig und verzweifelt war und einfach sich so viel nicht bewegt hat, weil ich das gerne alles in Pausenmodus mache. Wir warten, glaube ich, noch, bis wir hier was freigeschaltet haben. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, noch die nächste Wachstumstufe, die Folge zu erreichen, aber es ist... Oh, wartet mal ganz kurz. Die Bank hier ist eigentlich total doof gesetzt, oder? So, machen wir die lieber hier hin. Kommt der jetzt hier nicht mehr raus, der Mitarbeiter? Der kommt hier gar nicht mehr raus, ne? Ne, der kommt hier nicht mehr raus. Könnte ich bitte... Moment. Ach, der kommt... So, könnte ich... Ja, dann ist es schlecht hier. Okay, die Bank... Die Bank muss weg. Es tut mir leid, lieber Gast, aber die Bank muss weg. Sonst kommt unser Mitarbeiter aus der Ecke nämlich nicht mehr raus. Okay. Das sind alles Sachen, auf die... Man muss ja auch erstmal lernen, auf sowas zu achten. Tag 4. Und wir haben bald was freigeschaltet. Es läuft, es läuft. Hier fehlt überall Futter. Ich stelle mal einen neuen Mitarbeiter ein, der sich ums Füttern kümmert. Füttern 2, reinigen 1. Und wir brauchen sowieso noch jemanden, der reinigt. Dann stellen wir einfach noch die Ida ein. So. Das sollte okay sein mit 3 Mitarbeitern. Wir haben relativ viele Becken. Wir verwalten die gute Dame auch mal. Hier, das ist Ida. Ida soll sich bitte mit 2 Punkten ums Füttern... Also relativ... Achso, wir... Okay. Wenn wir sie also so... Dann bekommt sie... Ja, wir machen mal... Wir machen mal so, bitte. Okay. Das machen wir mal. Dann müsste es eigentlich laufen. Jetzt haben wir alle unsere Fische gefüttert. Das ist super, super gut. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und wir könnten ein bisschen in unserem schönen Aquarium selbst flanieren. Das wäre doch ganz schön. Einfach mal gucken, was man hier so sieht. Da sitzen unsere Gäste. Ich glaube, die mögen die Bänkchen hier ganz gerne. Ich würde auch da hinten gerne wieder eine hinstellen. Ich muss dann halt nur achten, dass keiner unserer Mitarbeiter da gerade umsteht. Hier kommen noch unsere neuen Fische dann rein. Die haben ein bisschen wenig Grün, muss ich sagen. Und wenn da gerade keiner ist, würde ich hier noch mal eine Bank... Also, wenn er jetzt aus der Ecke hier rauskommt, würde ich hier noch mal eine Bank aufstellen, dass die Leute sich hinsetzen können. Oder wir stellen sie einfach hier drüben. Das machen wir doch einfach mal, oder? Die Bank packen wir jetzt einfach... Die Bank war hier. Die Bank setzen wir jetzt einfach da hin. So, dann können sich die Gäste ein wenig niedersetzen. Tag 5 und wir haben Post bekommen. Ich gucke mal eben schnell, was wir bekommen haben. Zebra Moraine 1 ist gewachsen. Auf die Größe von 9 Fischen. Als Resultat nimmt Zebra Moraine 1 jetzt zusätzlichen Beckenplatz ein. Benötigt mehr Futter und senkt in größerem Maß die Wasserqualität. Außerdem kann Zebra Moraine 1 jetzt Beckenbewohner verschlingen, die eine Größe von 3 aufweisen. Also Vorsicht. Ich hoffe, die zweite... Die zweite wächst auch bald. Aber das müsste alles eigentlich noch passen mit der Wasserqualität und so. Und theoretisch kriegen wir bald Nachricht, dass auch die zweite gewachsen ist. Punkte, naja, um die sieht es gerade nicht ganz so dolle aus. Der ist unzufrieden. Vermute ich, weil das Becken hier leer ist. Aber unsere Fische sind fast fertig. Also setzen wir da einfach mal den ersten Fisch gleich ein. Ich nehme tatsächlich... Hier, neues Objekt freigeschaltet. Natürlich erforschen wir jetzt direkt den nächsten. Sie haben soeben den Korallenzackenbarsch freigeschaltet. Sehen wir uns an. Der Korallenzackenbarsch besitzt eine Reihe von Pflegeanforderungen, die ihnen bisher noch unbekannt sind. Es handelt sich um ein gieriges Tier. Das bedeutet, dass sie im Vergleich zu anderen Tieren mehr fressen und stärker zu einer schlechteren Wasserqualität beitragen. Ihre Abnergen gegen Artgenossen bedeutet, dass nur ein Exemplar dieser Spezies pro Becken gehalten werden kann. Schließlich besteht die Chance, dass sie Fische und Krebstiere vertilgen, die kleiner sind als sie selbst. Bewegen sie die Maus über das Warnsymbol, um mehr zu erfahren. Ich würde jetzt ganz kurz hier schon mal Fische einsetzen. Und zwar, wo ist er denn? Der Moränen... Der Korallenzackenbarsch, meine ich. So, wir dürfen hier leider nur einen halten. Und er braucht eine viel höhere... Ach du je, das wird lustig. Das wird witzig, ach du je. Okay, lass mal gucken. Hier passt gar nichts mehr. Der muss gefüttert werden, ja, das ist klar. Und er braucht hier sehr viel mehr... Wir bräuchten das Ding hier, und es war sehr dringend. Ich müsste jetzt... Ich muss gucken, ob ich das alles hinbekomme, so. Mini-Kombi. Aber wenn ich den hier so hinstelle, dann komme ich an die Sachen hier nicht mehr ran. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich würde gerne... Moment, ich kann aber was machen. Ich kann die Heizung, sag ich schon. Das hier rüberschieben, das Becken kann ich da hinschieben. Dann müsste ich das hier hier hinschieben. Das hier schiebe ich einfach da dahinter. So, die Wand, die darf hier bleiben. Ich muss nur noch eine neue Wand ziehen, und zwar hier. So. Jetzt müsste ich hier theoretisch ein bisschen mehr Platz für alle möglichen Dinge haben. Ich könnte das hier rüberschieben, dann kommt man auch ran, das da hinschieben. Und ich hoffe, man kommt hier dann noch durch. Ich weiß es aber nicht. Jetzt würde es nämlich wieder gehen. Ich hoffe, dass das auch tatsächlich so ist, wie ich mir das vorstelle. Und hier können wir dann auch den anderen Fisch einsetzen. So, jetzt machen wir das mal. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns unser Fischchen noch an. Was haben wir denn hier für einen süßen? Na, du Hübser. Muss ja natürlich drinnen reingescolpt werden. Na, du Süßer. Du cutes Fischchen, du. Du bist ja schon ein ganz hübscher mit deinen Punkten. Hier hinten ist natürlich verschenktes Potenzial mit dem Eck, muss man leider sagen. Aber die Bank finde ich eigentlich ganz hübsch. Das ist alles irgendwann... Ich habe das Gefühl, ich muss hier sehr stark erweitern und dann wirklich gucken, dass ich viel, viel logischer baue. Ich glaube, ich habe einfach hier so ein bisschen Wild ins Blaue gebaut. Gucken wir mal weiter. Ich freue mich auf den Kombination... Oh, 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 oh. Moment, Moment. Da stimmt aber alles nicht. Die Temperatur ist ganz, ganz falsch. Die Temperatur ist sowas von falsch. Einfache Heizung muss hier noch hin. Und dann komme ich an die Pellet-Dings nicht mehr ran. Das ist schlecht. Alles schlecht. Ich würde das hier einmal ganz kurz verkaufen. Nein, nein, nein. Abbrechen mal ganz kurz so. Dich würde ich gerne... Objekte unten hinein, abbrechen. Warte mal kurz. Ich mache das mal ganz kurz, dass hier drüben noch... Wo ist denn hier? Hier ist nochmal so viel Platz. Hier stellen wir das noch hin und hier dann einfach die... So. Komme ich jetzt noch an alles ran? Passt das jetzt wieder alles? Ja, das passt jetzt wieder alles. Ei, 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 ei. Also wir müssen inzwischen echt viel unterbringen. Und das ist nicht immer unbedingt... Das ist furchtbar. Der Aufbau... Der Aufbau dieses Aquariums ist reiner... Reine Folter für die Augen, finde ich gerade. Das ist so seltsam. Und hier komme ich nicht ans Futter. Ich kann die nicht füttern, weil... Da kann man nicht ran. Okay, hier ist der Weg nicht frei. Denn wenn ich hier reingehe, ich komme... Ach du je, Moment. Er braucht... Ich brauche erstmal die Muscheln hier noch nicht. Ich muss mich hier unten hin. Eieiei. So, und jetzt das hier hin. Reicht das jetzt? Kommt man jetzt wieder ran? Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Okay. Jetzt müssen unsere Mitarbeiter ein bisschen weiter laufen mit dem Fressen, aber es geht immerhin. Wir könnten theoretisch auch ein Futter-Eck machen, wo wir das ganze Futter hin tun. Und dann müssen die halt immer damit durch die Gegend laufen. Das ist ein bisschen schlecht. Ich werde das irgendwann alles komplett umgestalten müssen. Ich warte mal noch, bis wir die Wissenschaftspunkte fertig haben und den Kombinator. Dann werde ich hier ganz viel austauschen und stattdessen diese Kombisachen einbauen. Aber bis dahin, ich finde eigentlich... Es könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein. Ich mag eigentlich unser Aquarium sehr. Und ich habe gesagt, die Folgen werden kürzer. Die wird jetzt noch ein bisschen länger. Einfach Waldlinien einarbeiten, wegen dem... So, das haben wir jetzt perfekt. Der Kombinator. Nächstes Projekt. Da können wir die einfache Pumpe... Das wird es uns auch einfacher machen. Den Kombinator einsetzen, würde ich allerdings sagen, machen wir erst in der nächsten Folge. Oh, es steigt. Es steigt. Es wird besser. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Für heute, sage ich mal 40 Minuten. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet beim Mega-Aquarium. Wenn wir mal gucken, ob wir hier aus diesem chaotischen Etwas noch ein schönes Aquarium machen können. Am besten, indem wir großflächig erweitern, wenn wir erstmal ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben. Und dann tatsächlich alles umziehen und ein bisschen logischer anordnen. Und ein bisschen mehr planen. Wie gesagt, danke schön dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tag 7, da haben wir es schon. Und ich sehe, alles kann gefüttert werden. Perfekt. Also, bye bye.